Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Maps sich noch nicht so wirklich krass unterscheiden. So, weißt du? Also es sieht halt irgendwie alles sich sehr ähnlich so. Man hat jetzt nicht so ein komplett krass anderes Gebiet. Ne, es geht, aber am Anfang war es noch ein bisschen wüstenmäßig. Dann waren wir in diesem Feenwald und jetzt sind wir wieder so im normalen Wald. Ja, aber es ist halt alles irgendwie so dasselbe. Weißt du jetzt, die Wüste sah aus wie das hier, nur in Wüste und jetzt ist es aus wie ein Wald und... Ja, aber vielleicht kommt es einem... Oh, guck mal, was er da abbauen kann. Ja, nehm ich mir das mal mit. Ja, sogar zwei. Ja, schau mal ein wenig. Vielleicht kostet es auch so vor, dass das alles gleich ist, weil... Lässt du mir das eine? Ach, dankeschön. Ah, okay, danke. Ich wollte schon meckern. Ich wollte lustig sein. Ne, ähm, dass die Fests halt alle so ähnlich aussehen, das Herr, dass vielleicht deswegen einem die Gebiete dann auch ein bisschen mit Lagen vorkommen. Ja, keine Ahnung. Also ich kenn... Also ich kenn's halt... Das hab ich gespielt. Mein eines MMO, da hatte man halt auch wirklich krasse Unterschiede, wo du das Gefühl hattest, du kommst in ein anderes Gebiet. Bei Guild Wars ist es halt auch so, dass man schon wirklich das Gefühl hat, ey, das ist jetzt hier was anderes, so und... Das finde ich ein bisschen schade, dass es hier halt relativ ähnlich alles ist, so. Also ich hab jetzt nicht das Gefühl, wow, das hab ich noch nie irgendwo gesehen, so, weißt du? Ja, schon. Also bei ViroWi hatte ich eigentlich auch jemanden Eindruck, dass die mit sich schon ordentlich unterscheiden kann, wo es sich... Oh, da liegt wer tot rum? Oh, hier wurde Blut vergossen. Vorsicht! Wir haben meinen Tatort befleckt. Ah, jajajajaja, ist ja gut. Oh, ist das hier... Ich glaube, vielleicht nicht. Ah! Oh, der killt nicht. Ich glaub, wir dürfen hier nicht rein. Aber ich möchte da rein. Ich will aber... Ach, lass mich in Ruhe. Geh weg. Hilfe! Ich glaube, den schaffst du. Kriegt der Damage? Hilfe! Nee, gar nicht. Ja gut, ist ja gut. Ich hau schon ab. Ey, die gehen besser weg. Der läuft mir immer noch hinterher. Jetzt... Ja gut, dann hat sich das Illich mit Ruhestein abgeben, ne? Äh, U-Botus Fortress, nee. Kommen wir denn... Das ist wahrscheinlich alles da drin, ne? Ich glaub, wir kommen gar nicht zu diesem Wyvern-Typen. Naja. Ich glaub, wir müssen... Wo müssen wir dann hin? Da müssen wir laufen. Ja, wohin denn? Laufen wir einfach da. Einfach zur Mainquest, würd ich sagen. Zur Iron. Oder wir nehmen ja dieses Nazareth kurz mit. Das liegt ja eh auf dem Weg, diese... Da ist noch eine Quest, die wir annehmen können. Ach Gott, äh. Da müssen wir auch durch. Nee. Nee, ich hab's hier grad mal angegriffen. Und hier ist einer von einer anderen Seite. Wir müssen aufpassen. Hä? Warte mal. Greift der dich grad an, der Pisser? Achso, nee. Das ist so ein Vieh. Aber der Typ guckt hier. Äh, warte mal. Wir sind hier lang. Folgt mir einfach. Ja, aber da kommen wir ja nicht durch. Das ist ja die Sache. Hm. Wie kommen wir da jetzt hin? Als ob's keinen anderen Weg gibt. Ja, wahrscheinlich unten rum. Guck mal, wir hätten unten rum gemusst. Äh, komm, dann machen wir halt unten rum. Dann, äh, wollen wir... Dann mach ich kurz Ruhestein. Ich glaub, das ist schneller. Dann laufen wir. Jo, ich brauche. Und weg. So, wo hast du denn deinen abgegeben? Genau, da wo du aufpasst. Ne, weil ich schneller war. So, kann man da irgendwo hinfliegen? Wir können ja mal gucken, ob wir da zum Imperial Dings hinfliegen können. Wir sind ja grad stehen. Ja, das kann man machen. Eine gute Idee. Mein Gott, ja. Vielleicht stellen wir uns auch grad ein bisschen doof an, dass wir da die ganze Zeit zu dem falschen Weihwagen... Ach ja, wieso? Wir kennen das ja noch nicht, ne? Wir waren ja noch nicht hier. Und nicht alles erkundet. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist nicht unsere Schuld. Das ist Blitzschuld. Das ist immer die Schuld der anderen. Vergiss das nicht. Jo, das ist auf jeden Fall eine Tugend, die mich bisher im Leben immer weitergebracht hat. Immer erst die Fehler bei anderen suchen. Ja, natürlich. Und ich hab immer was gefunden. Ich hab immer was gefunden. Und seitdem bin ich auch echt glücklich. Und ich hab mich voll weiterentwickelt als Mensch. Hä? Auf einmal... Hä? Okay, wir können direkt neben die Main-Quest fliegen auf einmal. Siehst du das? Moment. Das wurde grad nicht angezeigt auf der Karte. Oder ich hab's nicht gesehen. Nö. Ich flieg da mal hin. Ach, guck mal da oben. Guck dir mal an. Wir können die oben... Ne, die können wir gar nicht anfliegen. Ich weiß. Das ist wahrscheinlich die andere Fraktion. Oder warte mal. Vielleicht ist das Routensystem hier auch anders als bei anderen MMOs, dass du von einem bestimmten Vivern nicht zu allen anderen fliegen kannst. Ja. Kann auch sein. Aber ich vermute mal... Also das eine können wir wahrscheinlich auf jeden Fall nicht anfliegen, weil's von der anderen Fraktion ist. Ja. Ja. Aber komisch, dass dann die von den anderen dann angezeigt wird. Auf der Karte, ne? Aber der jetzt nicht. Dann wären wir auch da hingelaufen. Ja. Naja. Also nicht hingelaufen, aber... Jetzt sind wir ja da. Direkt Main, oder? Jo. Würde ich sagen, ne? Jo. Laufen wir mal hin. So, dann mal kurz leise sein. Ja. 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 Da fehlt noch ne Weile. Äh, ne ganze Menge. So. Nicht ne Weile. Ähm, was müssen wir da machen? Äh, wir müssen da hochlaufen. Jo. Dann machen wir das mal, ne? Auf, auf. Soldiers müssen wir defaaten. Dann defaaten wir die mal. Aber ist ja direkt da vorne. Ist ja gar nicht so weit. Ach so, jo. Ich hab schon die Map geguckt. So. So. Da sah das irgendwie weiter weg aus, muss ich sagen. Ja, ne? Da ist einer. Komm her. Du musst jetzt sterben. Was? Was? Ne. Das war Handquest mal. Was machst du da? Ne, das ist auch die Quest. Ich weiß nicht, was ich da tue. Ich hab irgendwas gebaut. Oh, warst ja auch irgendwie was. Guck mal, die stehen jetzt ineinander. Okay, das müssen wir anscheinend auch machen. Was? Wart mal einen Moment. Ne, okay, schade. Ich dachte kurz, ich könnte das... Ich könnte das bei deinem benutzen. Da könnten wir eigentlich nebeneinander stehen und die ganze Zeit geh drücken. Aber es geht leider nicht. So. Und auf seiner Leiche. Man hat auch gar nicht die Agro von denen. Ne, das war ganz gut eigentlich. Ja. Mega chillig, Chris. Ja. Ganz entspannt. Party. Complete. Okay, eine habe ich fertig. Vor allem noch ein paar Soldiers. Und das Erz, 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 Erz. Oh, da hinten leuchtet irgendwas. Jo. Was ist das denn? Das müssen wir wahrscheinlich auch irgendwie... Ja, ja. Irgendwas damit dran stellen. Level up. Wo geht's jetzt? Wo geht's jetzt? Weil dieser Hund... Das habe ich ja wohl ausgedrückt. Wir nähern uns dem Endlevel. So, was wir hier machen? Gott, die müssen wir sammeln. Okay. Hm? Ach diese... Diese Flaggen. Oh. Verdammt. Du kannst es nutzen. Der Hund hält ja gar nichts aus. Mhm. So, da hinten sind noch Flaggen. Ach die... Oh, ich achte... Oh, ich hab... Oh, hilf mir mal. Ich hab ein bisschen was getollt. Wir können da vorne noch eine Quest annehmen, sehe ich gerade. Äh. Äh. Oh, oh. Oh Gott, da ist respawned einer. Oh Gott, ich hab was... Ich hab mehr gepullt. Huuuuh. Das nimmt kein Ende. Äh, ich lauf weg, sorry. Ja, alles gut. Ich schaff das auch ohne dich. Ich brauch deine Hilfe nicht. Ja, ich bin schon fast tot, äh. Mit Healport bin ich schon fast tot, äh. Mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, schnell die Flagge vor der respawned. So. Äh, ich nehme mal eben hier vorne die Quest an. Was ist das denn? Hä? Das ist doch ein toter Spieler. Hä? Aber du siehst es auch, oder? So, hier ist bei mir auf der Karte ein Fragezeichen. Meinst du, das ist oben auf dem Berg? Oder wie soll man da hochkommen? Ne, ich glaub hier sind irgendwelche Ornamente die wir sammeln müssen. Ne, bei mir ist ein Ausrufezeichen auf der Karte. Bei mir auch. Das ist ja, dass man eine Quest annehmen kann. Keine Ahnung. So, keine Ahnung. Ne. Ich muss gleich mal meinen Bogen reparieren scheinen. Oh, das hab ich grad schon gemacht. Ich bin fleißig. Ja, ich hab mir grad nicht dran gedacht. So. Da ist noch ne Flagge. Du hast wieder Besuch mitgebracht. Mhm. Wie viele Flaggen warst du noch? Ich brauch noch drei Stück. Du? Zwei Stück noch. Okay. 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 Dann nimm mal die. Dann musst du eh schon. Mhm. Die vorne ist auch noch. Haha. Gut. Verdammt. Ist Don der da? Oder war der da? Ne, der war da schon. Aber ich dachte erst, der sieht mich nicht. Oh, da ist hier. Oh. Böser. Ein Skorpion. Der wird 42. Ach. Ach. So. Ich muss kurz looten. Warte, du machst das schon gut alleine. Oh, was ist das? Der ist ja krank. Das ist ja krank. Ich brauch das. Okay. Ne. Du hast es bekommen. Verdammt. Aber erstmal lachen. Haha. Ich war kurz schadenfroh. Guck mal. 34 ist größer als 11. Ja, Mann. Ich hab mir meinen Namen gelesen im Chat. So. Eine Flagge brauch ich noch. Flexion. Oh, dankeschön. Sehr nett von dir. Nein, ich hab ... Verdammt. Weißt was? Was hast du so? Und die Fluten b counselors direkt vor dir. Guck dir das an. Nein. Ich will das nicht sehen. Dann bin ich sogar vor dir fertig. Weißt du das das ist? Karma. N Zealand. Steht so ne Flagge. Ja. Ich nehm's von. Ah nein. Ich hab die schon fertig. Das war sogar die letzte. Fantastisch. Kamerunie? Stirb, Doggy. Stirb. Fertig. Fertig. So, wollen wir die eben abgeben? Ja. Ach, da kannst du wieder 3.000 neue Quests einnehmen. Ja, da vorne. Lass einmal da hingehen, am besten. Ja, lass mal kurz die Quests abgeben. Hä? Hä? Achso. Wir sind auch schon direkt hier auf der Höhe. Ja, aber das ist doch die Quest, die da nicht existiert hat. Du... Hä? Vogel. Ach, Battlefield. Guck mal, da steht auch... Ach Gott. Da steht auch Battlefield dran. Das ist wahrscheinlich so eine BG-Quest. Achso, hä? PvP, Battleground. Diese Schlacht. Vielleicht wird die hier nur so angezeigt, deswegen. Ik, weh sind nett. Ja, steht da sonst nichts. Oh, oh, oh. Etz, 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 etz. Lied. Okay. Siehst du das? Was denn? Hunter Chantal und Cook-Q. Cook-Q? Hä? Was redest du? Hast du da nicht 2 Quests, die du annehmen kannst? Ja. Wie sollen wir die machen? Die mitnehmen? Ähm, ja, ich wollte... ...wollten eben die Bank... äh, die... Ja, auch Lied, dann müssen wir irgendwas... ...großes... Die eine Quest abgeben. So. Hunter Chantal. Kann, dann gebe ich die auch erstmal ab. Nee, du stehst genau auf dem... Ich... So, danke. Krass, wir haben schon wieder... Ich hab schon wieder eine Stunde gespielt. Verrückt. Echt? Ja. Krass, kam mir irgendwie nicht so vor. Aber ich bin ja schon ein bisschen länger online. Schon ein bisschen gesammelt. Achso. Hab ich jetzt beide angenommen. Sieht so aus. So, nehmen wir noch die andere Feine an. Ach, da hinten ist auch noch eine. Guck mal. Injet, Hunter, Finn. Die können wir auch noch annehmen. Jo. Und was? Cook You. Cook You. Was ist denn eine Anspielung auf Ku? Cook? Cook, Joe, Joe? Joe? You? Joe? Keine Ahnung. Worauf soll es eine Anspielung sein? Auf Cook, Poo? Kack, Poo! Kack, Poo. Oder wie auch immer bei Paul Metamata. 10 Milliarden fest. Dankeschön, Hunter. Was müssen wir denn jetzt machen? Doch. Wir müssen eh da runter. Dann, ach Gott, können wir auch gleich die andere Quest annehmen. Wollen wir die kurz noch annehmen und dann die anderen machen? Ja. Okay. Dann laufen wir da mal her. Dann laufen alle Müller. Hey, hey. Das ist ein krasses Lied, ne? Ja, das hat auf jeden Fall Potential. Jo. So. Eigentlich hab ich Rückenschmerzen. Für 10.000 Light performe ich das Lied. So, Energy Recovery. So, müssen wir machen. Oh ne, was will der jetzt von mir? Der folgt mir schon wieder. Dein Mount Futter gegeben? Das ist ein Daily Quest, ne? Ne, meinem Pet muss ich Futter geben als Daily Quest. Ach so, das hab ich auch, glaub ich. Okay. Ach, jetzt... Ja, müssen wir dahin... Oh, da ist ein brauner Bär. Er sieht mich nicht. Ich bin nicht da. Oh Gott, ich pull hier grad voll viel. Oh Gott, noch ein Bär. Spawn einfach, ne? Wahrscheinlich. Ja, so richtig... so hinter mir. Wann ich einfach auch Mount an den vorbeireiten? Der läuft einem eh doch hinterher, oder? Aber die spawnen halt genau hinter einem irgendwie. Voll komisch. Ja, aber... Egal, ich reite mal zur Quest. So, ist das da? Daher muss ich da hin? Was? Power. Guten Tag. Ich weiß schon wieder nicht, was ich tun muss. Okay, da spawnen immer mehr Tiere dann. Ah, okay. Okay, das hab ich anscheinend erledigt. Was? Okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Okay, ich hab's natürlich noch schwerer gemacht als nötig. Ich bin einfach durchgegriffen und hatte dann jetzt irgendwie so hier drei Pumas und zwei Bären und muss natürlich alle gegen alle gleichzeitig kämpfen. Miau. Ja, miau. Die Mobs sind noch manchmal behindert, irgendwie, ne? Ja, schon. Die Kasten haben irgendein AE in eine andere Richtung. Ja, so in die komplett andere Richtung. Und ich hau da meine Combo drauf, ne? Also, ich will mich nicht beschweren. Mann, das ist ja voll der weite Laufweg. Was ist das, ein Stein? Was die auch tragen? Ey, nicht schlaxen. Ich hoffe, das mach ich jetzt richtig. Sonst, äh... Oh, da sind böse Ziegen. Da sind böse Ziegen. War das jetzt falsch? Hm? Das war falsch. Dann ...